jetzt müssen wir in den Raum wo du das Funkgerät gekriegt hast ne ne erstmal in den Raum wo wir die Input Output ne ich dachte du traust dich da jetzt nicht nochmal rein ja jetzt können wir es ja mal ausprobieren ob es wirklich klappt den Speicher am besten direkt in dem Raum ja guck mal der ist jetzt sponzieht jedes Mal wieder ich würde nicht die ganzen Karten da reinschmeißen ich würde immer eins nach dem anderen machen ich mach mir jetzt zu na klar mach mir die dann auch very fine vielleicht wird dann ja gut ich stelle mich extra hier hin damit der auch hier wieder aus dem Boden kommt oh Gott jetzt heißt es warten du willst jetzt echt warten ok gut oder ja was ja ja oder alles reinballern nicht alles eben nicht alles irgendwie mal erstmal nur die Karte fürs Einser Level oder so oder die Notizen erstmal ja ich weiß nicht wie lange wir hier immer gewartet haben keine Ahnung du hast immer irgendwas getan und irgendwann kam der dann sobald er wieder kommt rennst du eh wieder schreiend weg ich glaub auch ja deswegen probier es einfach mal wirf mal eine Notiz rein und guck was rauskommt oder hast du schon? ja hab ich das kann ich achso okay dann schmeiß ich das nicht mal an ja du bist mutig dass du direkt beim Output stehst? auch jetzt kommt der Typ wieder ne oder? ja auch da er respawned guck mal wo? ja da siehst du nicht oh lol doch jetzt ja ich lauf mal oder? aber du hast die Notizen ja wie soll ich die denn einsammeln? okay er kommt lauf 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 ja scheiße ich hab vergessen die Tüts ne das ist mir egal das kann mir egal sein ja ne nicht mir dem Kerl ist es egal der läuft doch durch Türen durch das ist doch selber immer aber da fühle ich mich sicherer denkst du der verliert dann seine Orientierung weil alles schön ist da ist wieder der Raum faszinierend gefunden haben das schnapp ich mir direkt und lauf wieder schön dass wenn du nicht speziell nach diesem Raum suchst du ihn findest aber wenn du ihn brauchst und suchst dann verläufst du dich ja so von da bin ich gekommen ne? äh hm so wo lang? na nicht von da wo du gekommen bist kannst du eigentlich springen oder so? springen äh nö ich finde spiele immer irgendwie ein bisschen befremdlich bei denen man nicht springen kann ja fand ich auch also finde ich auch bei Daisy konnte man nicht normal springen das war immer sehr merkwürdig ist mir aber auch zuerst äh aufgefallen bei Zelda Ocarina of Time da konnte man auch nicht springen da konnte man auch nicht springen hängt was soll das denn? man fühlt sich dann immer so ein bisschen eingeschränkt ne? ja man braucht's nicht aber man tut's trotzdem gern ach guck mal da geh rein da ist er jetzt nicht mehr da drinne ähm oh 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 origami heißt doch so ne? ja gut origami das ist very fine können wir damit was machen? keine ahnung vielleicht dem Vieh schenken und es wird dann zu einem lieben netten besten Freund ähm ich leg mal hier das Navigationsgerät kurz weg so aber ich hab doch da auch ne verbrannte Notiz reingetan und jetzt sind beide wieder weiß ne nein verbrannt haha schade ich glaub die kannst du auch weg tun oder? ich mein die brauchen wir doch nicht mehr oder? ja dann kannst du mal gucken dann kannst du jetzt mal eine deiner Karten in das Input legen vielleicht passiert ja irgendetwas tolles very fine und dann kommt da Origami Schwan bei raus ist natürlich auch geil auch was machen wir es jetzt? ähm machen wir mal das äh äh komm na rufknochen mhm sag die richtige schreib bitte wenn also nicht schreien aber sag Bescheid wenn du wieder so links irgendwas Zombie Dingens ja ach Gott hä was kommt denn da jetzt bei es ist kaputt siehste was war aber nicht die Vierer oder? die Einser naja die Einser ist ja glaub ich nicht mehr so schlimm was hast du noch im Invent? kannst du es aufheben? nee leider nicht oh das ist natürlich blöd ähm ja soll ich nochmal eine Karte und dann auf Verifyen? ja die Zweier vielleicht wird ja dann wirklich eine Fünfer draus oder so wenn es eine Fünfer gibt vielleicht hätte ich dann ja auch die Vier und die Eins das okay wird schön ja vielleicht funktioniert das oder nicht? ich glaube ich bezweifle es zwar jetzt auch mal das Origami da noch mit reinlegen können das ist ein Keycard um was um Omni 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 ähm was heißt Omni äh vielfältig oder so keine Ahnung das heißt ja Universal und nicht Omniversal genau stimmt auch wieder jetzt blöhe ich hier mit meinen Fachkettennissen mhm die sind wirklich ähm ausgereift muss ich schon sagen ähm Origami dann nochmal auf Verifyen so Verifyen ich sag das auch jetzt so komisch ja ich spreche das auch immer bewusst komisch aus ja und das ist dann so ansteckend weil irgendwann ist es dann einfach nur noch so eine Angewohnheit dann sagt man es halt einfach so genau ist immer noch ein Origami noo und bei ich wollte mal die Batterie reintun vielleicht habe ich dann so eine Superbatterie oder so so eine Omni Versal was ist ich muss vielleicht mal das Navigationsgerät da reintun vielleicht ähm nein oh was waren das ein Elektroschock ne oder ja das hast du jetzt eine Elektroschock in irgendeiner Sache gestorben ja ja guck mal hier steht es auch irgendwie Subject D 9V Battery irgendwas genau oh cool ja das müsstest du mal lesen wenn dich irgendwas tötet damit du weißt was dich tötet Naja, aber du musst unbedingt noch zurück, du musst es mit der Karte machen Ist auch logisch, dass man keine Batterie in eine Mikrowelle oder sowas tut Okay Okay, ich denke mal, das ist ein super Schluss Und wir können hier getrost einen Schnitt machen Ja, es war wunderschön Okay, bis zum nächsten Mal